Das Hotel ist irgendeine unheimliche Venonähe. Es war düster. Ein Friedhof. Ich hoffe, dass es sein geht. So ein Feind. Naja, dann gehen wir mal ins Hotel rein. Oder auch nicht. Schauen wir uns das Hotel von außen an. Ich glaube voran. Und die Beine auf der Auge. Und natürlich ein Exakt, der nicht funktioniert. Seid wir ehrlich. Wen hat es da unten? Ja, ein Banjo. Ein Tambureen. Den Fisch habe ich auch schon gesehen. Ein Besen. Eine Flöte. Eine Avocado. Ein toter Vogel. Ein toter Vogel. Ja. Ein toter Vogel. Und ein Tintakel. Wie soll man in dem Grünzeug bitte ein Tentakiel erkennen? Wie soll man in dem Grünzeug sein? Jetzt können wir einbrechen Ja Alter, schlag doch das Fenster ein Du willst da rein? Nein Ah, nein Also wenn ich jetzt mach dir das auf Dann klopfen nicht Dann klopfen nicht Dann klopfen nicht Nein Ich fühle mich nicht Oh, der Sateo ist so drin Oh, der Sateo ist so drin Oh, der Sateo ist so drin Alter Bin ich für den ein offenes Buch? Oder was? Ja Wir erleben hier auch etwas Du brauchst ja natürlich ein schöner zu prägen Ja Du brauchst ja natürlich ein schöner zu prägen Ich verzweifle, dass er mir generell helfen könnte Ich verzweifle, dass er mir generell helfen könnte Ah, Alter WTF Die wollen mich umbringen Ich sehe es doch So, jetzt wäre ein Datumschirm Ich wette diese Zeitung ist mindestens drei Jahre alt Alter Der sollte sich auf die wichtigen konzentrieren Auf diese unwichtigen Das nimmt der Schutz Das ist Holz Also, ich kann die Metall nicht mehr von Holz unterscheiden Und selbst wenn Das würde doch keinen normalen Menschen aufholzen Was machst du hier? Du solltest den Telefon machen und weg Der Telefon funktioniert nicht? Ah, ja Wir haben eine alte Telefon Also, du kannst keine Telefon machen, wenn es keine Macht gibt Woher wissen die Was ich sage Steht auf meine Stirn geschrieben Ich glaube, es ist gebrochen Ich glaube, es ist gebrochen Und, naja, du würdest es schauen Wenn du mir helfen kannst, es geht Die Telefon funktioniert auch Okay, die Frau scheint auch nicht ganz freiwillig hier zu sein Oder hier gefangen zu sein und möchte weg von mir Oh, das stimmt Natürlich Woher hast du dich? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Die Frau ist da Schon wieder Blut, wie schön. Das sieht nicht gesund aus. Ich hoffe, in dem Artikel kennt ihr den. Der würde euch jetzt ein bisschen vorzahlen. Der wäre ein Messer. Der ist jetzt ein bisschen frisch. Der ist jetzt schwer. Wie ein Mann ist es nicht? Und das ist ein bisschen... Oder ein Messer. Aber ich habe mir da gehört. Das ist so gut. Das ist so gut. Und ich habe mir da was, Töbe? Wie du was sagst? Was du so gut nicht sein sollte Eisen! Das ist alles Eisen! Wo kann ich das nicht einfach nehmen? Ah! Wie gehst du? Ja, alles gut. Bei Scarf weiß ich einfach nicht, was das ist. Da ist eine Giraffe. Ah, die brauchen wir. Ich suche irgendwas, was mit einem Baum zu tun hat. Mama! Ja, ich war nicht so. Das ist sicher, dass ich es herumdrücken. Das muss ich einspülen natürlich auch. Aber, dann kann man es ja ausprobieren. Wie er sich spüren wird überstudieren. Dann wollen wir mal Ich weiß, dass ich die Morgen noch mal drücken soll Ich weiß, dass kommt noch weh Ah, und es ist geil Das Eisen und das Gart Ich hätte ja nur noch das Woh so weh Oh Oh Was !? Was So 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 Ah, das ist Was für eine Das ist Ja, oder ich darf es mir durch die Plätze Ich komme aus da noch einen Tipp zu haben, damit ich das Rosary finde, was das immer sein soll. Ein Rosenkranz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schon einmal angeklickt habe. Ich bin das nicht. Schauen wir uns den aufzuhören. Ich brauche ein Zahnbad. Dann gehen wir zurück. Was kann ich jetzt? Was kann ich jetzt mit dem Maffer? Das ist jetzt die Frage. Was ist das? Was ist das? Ich bin der Zahnbad. Ich bin der Zahnbad. Ich bin der Zahnbad. Ich bin der Zahnbad, was ich nicht mitADE. Ich bin der Zahnbad. Ah, okay, das heißt, zurück zum Auto. Ah, nicht gern. In der Auto. So, come on.